Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4657. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin stolz auf meine Familie. Heute sind wir alle zusammen im Garten hinter dem Haus. Ich bin stolz auf meine Familie. Heute sind wir alle zusammen im Garten hinter dem Haus. Ich bin stolz auf meine Familie. Heute sind wir alle zusammen im Garten hinter dem Haus. Dieses Buch enthält alle Informationen, die wir brauchen. Es zeigt auch, welche Teile für den Bau benötigt werden. Dieses Buch enthält alle Informationen, die wir brauchen. Es zeigt auch, welche Teile für den Bau benötigt werden. Dieses Buch enthält alle Informationen, die wir brauchen. Es zeigt auch, welche Teile für den Bau benötigt werden. Lesen stärkt das Gehirn durch Verbesserung der kognitiven Leistung, der Konzentration, der Kreativität und des Gedächtnisses. Lesen stärkt das Gehirn durch Verbesserung der kognitiven Leistung, der Konzentration, der Kreativität und des Gedächtnisses. Lesen stärkt das Gehirn durch Verbesserung der kognitiven Leistung, der Kreativität und des Gedächtnisses. Das kannst du besser machen. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Ich beobachte seit einiger Zeit eine Frau am Strand. Ich habe seit Jahren keinen Elektrorasierer mehr benutzt. Ich sehe gerade auf dem Dienstplan, das ich morgen frei habe. Ich sehe gerade auf dem Dienstplan, das ich morgen frei habe. Ich sortiere neue Bücher in die Bücherregale. Zur Erstellung von Grafiken verwenden Grafikdesigner spezielle Software. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Aber es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020